ja servus und hello again hier ist wieder der martin und wir zocken eine neue runde football manager 2019 es ist unsere sprint to glory mit dem tsv landsberg wir starten in die saison 2022 2023 es ist meine fünfte saison mit dem tsv landsberg die stadt in der ich auch geboren bin ich hoffe das ganze klingt jetzt nicht zu holprig was ich hier erzähle denn ich habe es mir so ein kleines skript geschrieben damit ich nicht irgendwie von 5000 themen hin und her springen also seht es mir nach wenn es nicht ganz rund läuft ich arbeite an mir bevor wir detailliert über die neue saison sprechen noch eine info zum thema sprint to glory was ist das genau ich wollte hier noch mal kurz darauf eingehen ich persönlich kenne sprint to glory aus dem fifa bereich man übernimmt quasi ein team und greift eigentlich nur in den transferperioden ein also man kann sich das team jeweils zusammenstellen und hat nur die möglichkeit mit neuen verpflichtungen oder abgängen eigentlich ins spiel einzugreifen es werden keine spiele live absolviert ich könnte mir trotzdem vorstellen dass wir es irgendwann mal schaffen wenn wir aufsteigen dass wir dann einige spiele uns ansehen und ich dann als coach eingreife noch sind wir aber lange nicht so weit und hier ist auch mein kater wieder so dann gehen wir in unsere bisher erreichten würde ich den kater herunter drücken auch mein baby baby beutlin also die bestandsaufnahme in den vier jahren unter meiner regie haben als bisher zweimal zum sechsten platz geschafft wurden einmal siebter das schlechteste ergebnis war einmal der vierzehnte platz für die statistik es waren 147 spiele 62 siege 30 unentschieden und 55 niederlagen unterm strich also eine positive bilanz aber man muss auch ganz klar sagen mit dem aufstieg in die bayern liga süd wo landsberg zwischen 2014 2017 gespielt hat da haben wir nichts mit zu tun da sind wir meilenweit weg größtes problem sind sicherlich die finanzen darauf eingehen hier sehen wir es wir haben also in den letzten jahren keine gelder gehabt die verluste wurden zweimal ausgeglichen sonst würde es ziemlich düster aussehen wir haben zwar ein riesiges gehaltsbudget mit diesen 405 und nehme diesen 437.000 ohne brille wieder geht nichts und geben eigentlich auch nur 128 aus das heißt es wäre eigentlich hier viel platz nach oben aber wir haben ja immer ein minus gemacht das heißt das macht mir oder bringt mir jetzt überhaupt nichts wenn ich hier mehr gehälter ausgeben würde und dann wieder doch deutlicher ins minus rutsche unser kontostand liegt ja auch bereits wieder bei 400.000 euro im minus einzige hoffnung dass wir irgendwann mal was mit dem aufstieg zu tun haben ist es ganz ehrlich dass wir eine glücks saison erwischen wo einfach alles passt und vielleicht zwei drei youngster gnadenlos einschlagen und wir ja in den aufstieg spielen können transfermäßig sieht es aktuell so aus es sind verhandlungen mit ein paar spielern gelaufen wir haben aber noch keinen spieler verpflichten können zwei spieler an denen sind wir dran die wird man gerne holen das wäre einmal finn brauner vom tsv grünwald ein torhüter der hat in der landesliga bayern südost gespielt ist aber damit den mit grünwald abgestiegen so überragend war jetzt auch nicht vom profil her wäre eine gute verpflichtung naja und wasilis lukos der defensiven mittelfeldmann von dem sc groß schwanz lerche in groß schwarzenlohe so als landesliga bayern nordost haben die gespielt war schon bei memmingen aktiv ein transfer mit mohammed haji hat nicht geklappt der hat abgesagt schauen wir uns an die transfer chronik ich muss hier mal rumklicken läuft locker flockig also einen abgang gibt es bisher zu verpflichten jörg bettenstedt hat uns verlassen bettenstedt war vier jahre bei uns 34 spiele hat er gemacht 6 scorer punkte dabei geschafft er wird uns in richtung feuchtwangen verlassen so jetzt beißt mich der kater wieder in die hand rein schauen wir uns die vorschau an aua katerchen also die saison vorschau sieht uns eigentlich wieder irgendwo im mittelfeld rang 11 hängt jetzt hier wirklich bei mir an der hand und beißt rein ein liebesbeweis von ihm also rang 11 wird uns prognostiziert jetzt geht das handy an aufstiegskandidaten um eins sind der fc memmingen der bcf wolf ratzhausen und unser erzfeind der tsv schwab münchen auch die werden ganz weit oben gehandelt abstiegskandidaten sind garmisch eistetten und nördlingen die drei aufsteiger das wären jetzt eck schwaben augsburg und der tust geritzried die werden eigentlich ja zumindest so weit gehandelt so weit eingeschätzt dass sie nichts mit dem abstieg zu tun haben bei den schlüsselspielern der liga ist ein spieler von uns vertreten es ist günter grupp unser linksverteidiger der ist ein ganz starker fünf sterne 18 jahre jung könnte vielleicht wirklich der schlüsselspieler werden ist ja ablösefrei letzte saison vom sc fullendorf gekommen ja und dann haben wir auch schon die saison forscher hinter uns es mögen die spiele beginnen und ich werde jetzt bis zum 31 dezember des jahres stimulieren und dann melde ich mich wieder und wir schauen wo wir stehen ja und dann sind wir auch schon am 31 dezember 2022 also in real life über ein jahr in der zukunft und wo stehen wir wir sind zweiter ja sehr starke leistung 42 punkte des teams elf siegen und entschieden zwei niederlagen aber kottern sankt mann da hat meine freundin von mir gewohnt die haben 48 punkte sind also sechs punkte vorsprung und mit uns ist auch wolfradshausen punkt gleich die haben auch 42 das wird schwierig werden oliver frische 17 tore überragend von ihm insgesamt also wie gesagt läuft ordentlich jobsicherheit ist gut sind absolut begeistert das schaue ich auch alles ordentlich aus schauen wir mal kurz auf die mannschaft müssen wir mit dem 19er spielen da sonst gar keine spieler haben also von den einsätzen hier 14 tore von alexander bauer und 17 tore von oliver frisch überfisch der ist es gab mal 17 jahre alt eine erste saison wo er spielt seit der jugend ist er dabei also seit der 16 15 14 seit der u14 wenn es c jugend und auch bauer sehr stark 22 spiele 12 tore zwei assist für ihn damit 99 spiele 20 tore transfer mäßig haben wir nichts weiter vollbracht bettenstedt war der einzige abgang das transferfenster öffnet er erst morgen und auch noch ein blick auf die finanzen da stehen wir jetzt ja bei 498 also knapp 500.000 miesen 518 sind es unterstand 518.000 minus naja also die kurve ist ein bisserl flacher wie letztes jahr trotzdem wäre es natürlich schön wenn wir jetzt irgendwie so den glorreichen finanzinvestor finden würden ja schauen wir noch mal kurz auf den rest in der tabelle aufsteiger nördlingen abstiegskandidaten um eins in fünf da wenn wir in kempten mehrring reicher kauf bauern schwab möncheng gundelfingen olching schwaben augsburg kreditsri tuxburg garmisch gersthofen und eistetten ganz unten so wir werden jetzt weiter simulieren und sehen wo wir haben sie so ein ende stehen vielleicht gelingt uns ja jetzt in dieser transferphase noch ein kuh ein kopf ein schmankerl also bis gleich ja und dann ist die saison auch schon wieder zu ende die saison 2022 2023 beenden wir als dritter unser bisher bestes ergebnis 65 punkte haben auch geholt das ist meine gott ordentliche leistung hier sehen wir die tabelle eigentlich immer nicht das ist die noch nicht die der von der neuen saison wir sehen also hier wolfrat 1000 jetzt aufgestiegen kottern mann zweiter mit 69 punkten dann der tsv landsberg mit 65 vor schwab münchen mit 58 abgestiegen am ende gasthofen türkspor und kosmos eistetten also es hat wieder nicht gereicht der abstand zu den aufstiegs plätzen lag bei neuen punkten finanziell war die saison ja wieder nicht besonders gut oder wir haben 624.000 euro miese und ich hoffe jetzt dass es eine finanzspritze gibt die uns da wieder ein bisschen geld in die kasse spült von den spielern schauen wir uns mal die rekorde an da sehen wir es also die meisten tore über alle wettbewerb verteilt alexander bauer mit 17 ist er dabei damit jetzt 111 spiele 23 tore starke saison gespielt die meisten vorlagen von justin hesse der hat neun letzte saison hat er acht auch für ihn schon 136 spiele 29 tore 22 assist zehn mal spieler des spiels 6 96 sein notenschnitt wer ist der torhüter wieder mal der wechsel kaffee so heißt er hat sich wieder zurückgekämpft allerdings auch nur in anfangs 19 einsätze 23 gegentore für ihn mittlerweile 83 spiele für den tsv martin jäger ist nicht mehr da der wurde abgegeben letztes jahr ja noch mit 15 einsätzen wurde zum fv löchgau abgegeben die höchste durchschnittswertung von alexander bauer schlecht dass der disziplin philipp kobrowski die nummer eins er hat auch schon 82 mal für uns gespielt acht wurde acht assist für den defensiven mittelfeldmann 12 gelb gelbe karten zwei rote karten spieler des jahres der fans ist wieder justin hesse geworden der diesen titel damit jetzt zum zweiten mal holt 136 spiele 29 tore 22 assist in seiner karriere so was gibt es noch zu erzählen ja den transfers können wir noch anschauen wir sehen also die transfer chronik jörg bettenstedt warum taucht eigentlich der torhüter hier nicht auffällt mir gerade auf komisch denn wo ich gerade erklärt habe oder erzählt habe das wohl ein bug sind nicht alle transfers aber gut die neue sohn steht an dazu dann im nächsten teil mehr dann geht es in die saison 2023 2024 ich hoffe ich euch hat der fünfte teil unserer sprint tutorial mit dem tsv landsberg gefallen was mir ein feedback da passt auf euch auf bleibt oder linie treu servus bei bei